so ja das war ja schon mal ein toller press altfeuer zu change teams über will ich aber gar nicht unbedingt ist mir eigentlich gerade so da guck mal hier schweizer 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 kanadien und 23 deutsche macht doch irgendwo sinn dass er das anfängt probleme dass er anfängt natürlich dass er anfängt ich bin der hier wieder ist auch sinnvoll dass er dass er anfängt europäische server zu nehmen wobei genau ich bin auf dem blauen team ja hier haben wir auch wieder den schönen schönen fallen wir sehen es ist pre alpha definitiv wir sehen es anhand schon der der grafik bei ihr reife na also es ist hier auch sehr wenig so nicht freundchen was aber was aber Oh, under heavy attack! Ah, ich bin tot! Ich muss es mal genau auszuprobieren. Ja, ich bin total total im... äh, under, 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 under attack. Ja, ja, ist ja gut. Under heavy attack! Hier! Aber ich hab dich mitgenommen, du Arsch! Aha! Ja, es ist ziemlich, äh... Ja, ich hab dich mitgenommen. So, ich hab dich mitgenommen. Assist! Ja, sehr schön, Arsch! Gott, Assist! Ja... Ich mein, das ist natürlich auch immer sehr von Vorteil. Die Bisch! Klick, klick, Muni! New Flag, take on! Wo ist er lang? Uuuuui! Das war aber nur ein Ownage Kill, alter! Ja... Der war... Nice! Um es mal genau auszudrücken, ein... nicer Treffer! Ich werd so ein bisschen... Och, nö, ne? F***! F***! Na bitte, es geht doch! Ja... Natürlich! Na... Läuft! Läuft bei uns! Oh, ne Flagg-Kanone! Ja, sehr schön! Red Flagg-Taken! Blue Flag pattern! Dалог? Blue Flag angemint! Blue Flag Lad Sad! Yes! So! Hab ich doch gut gemacht! Hab ich doch gut gemacht! Oder? Hab ich doch gut gemacht! Shredded! Ja, da habt ihr nicht mehr viel... Da braucht ihr schon vier Mann, um mich hier platt zu machen, ne? So ne, vor einer! Halt auf die Fresse, Backe, du Arsch! Ganoven-Wichser, ey! Ah, Mist! Der Lederkopf! Das ist Ownage Pure! Ownage, 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 Leute! Aaaaaah! I don't care! I love it! You're dead! Ja, weiß ich! So, jetzt mache ich meinem Namen wieder alle Ehre! Kieper, ne? Kieperin! Oh, an werfen! ăruhăăăăăăăăăăăăăăăăă pForma place. Gröne�ăăăăăăăăăă're. Fubaste. ah fuck ja nicht so gut nein das ist jetzt nicht mehr so gut leute ja das ist natürlich blöd oh super ja sieht aber noch gut für uns aus aber gedroppt also leute rennt blühe flag taken ah ja 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 1 Ja, vier, eins. Ja, siehst du mal, so sieht es doch gut aus. Regular kills 13. Deaths 9. Na ja, 9 zu 13. Also 13 zu 9. Ja. Ja, weiter geht's. Ja, die Map, die liegt mir doch dann schon wieder deutlich besser. Das merkt man auch schon direkt. Ja, die Map, die Map. Oh. Das ist so eine meiner favorisierten Waffen. Flag-Kanone. Okay. Das ist natürlich blöd. Flag-Taken. Da. So. Ja, wichtig ist, dass man seine Jungs hier auch ordentlich unterstützt, ansonsten ist das nicht ganz so prall für meine Jungs. Ja, wichtig ist, dass man die Jungs hier auch nicht so prallt. Ja, wichtig ist, dass man die Jungs hier auch nicht so prallt. Ja, wichtig ist, dass man die Jungs hier auch nicht so prallt. Ja, wichtig ist, dass man die Jungs hier auch nicht so prallt. Ja, wichtig ist, dass man die Jungs hier auch nicht so prallt. Ja, wichtig ist, dass man die Jungs hier auch nicht so prallt. Das ist nicht gut. Ja, wichtig ist, dass man die Jungs hier auch nicht so prallt. Ja, wichtig ist, dass man die Jungs hier auch nicht so prallt. Ich bin immer noch der mit den höchsten Punkten bei uns im Team. Ich bin immer noch der Großpartner Veier. Ent Leute, da steht nur noch 3 zu 4, ne? Wir machen uns gerade nicht so gut. Du stehst da ganz intelligent, Junge. Das ist nämlich total bescheiden. Ich bin immer noch der, der die meisten Punkte hier bei uns im Team gemerkt hat. Das ist blöd, Freunde. Aber wieder diesen komischen Kürr. 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 Man, das kann nur noch werden. Ah, es ist doch nicht wahr. Leute, wir müssen aufpassen. Ich habe keine Lust, das Game zu verlieren. Gegen so Vollbratzen wie euch. Die wieder nicht umgehen können mit irgendwas. Ah ja. Nein, nicht doch. Ja, taken. Na, klasse Sache, ey. Ganz ehrlich mal. Das Ding haben wir verloren. Die kommen nämlich jetzt durch. Ah, klasse, ey. Leute, ihr seid echt. Ihr seid zu blöd zum Scheißen, ey. Das wants some. Das war's für heute. Cover me! Redfly dropped! Ah! Return! Redfly dropped! Redfly returned! One minute remains! Same team! Dann renn doch da nicht durch, du Krotte! Was ist denn mit ihm los? Kann natürlich nicht nachladen. Das ist natürlich ganz toll. 30 Sekunden left. Cover me! Red team Creases their lead! I'm on offense! Ah! Ja! Ist gut! Red flag taken! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! Red flag taken! Red team has advantage! Super! Red team wins the match! Ja, weil unsere Leute wieder zu blöde gewesen sind. Ja, was soll ich sagen, ne? Ja, da ist er, der Solekeeper. Na. Bis zum nächsten Mal.